Rund 150.000 promovierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem deutschen Wissenschaftssystem sind zur Wahl der mehr als 600 Fachkollegiatinnen und Fachkollegiaten berechtigt. Die direkte Wahl ist der zentrale Baustein im System der wissenschaftlichen Selbstverwaltung durch die DFG. Sie wird seit 2007 als Online-Wahl durchgeführt. In ihrer Amtszeit bestimmen die Mitglieder der Fachkollegien nicht nur mit, wie die DFG-Fördergelder verteilt werden, sondern beraten auch den Senat und Hauptausschuss in wichtigen Grundsatzfragen.